Moin, in diesem Video spreche ich mit euch über das, was Dragons Dogma 2 so einzigartig macht. Die Vasallen. In vielen anderen Spielen habt ihr NPC-Begleiter, welche euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch in Dragons Dogma und ganz besonders dem zweiten Teil unterscheiden sich diese ganz besonders. Es fühlt sich nicht an, als würden dir Roboter hinterherlaufen, sondern eigenständige Wesen mit anderen Ansichten, Erfahrungen und Herangehensweisen. Jeder Vasall ist einzigartig, denn jeder ist einzeln, individuell erstellt. Ich unterteile das Video in 5 Kategorien. Zuerst einmal das Vorwort, dort befinden wir uns gerade. Und dann 4 Themen. Zuerst einmal die Erklärung, was ein Vasall ist und welche Besonderheit diese haben. Dann, was das sogenannte Rift ist. Der als Hub für alle Vasallen fungiert. Wie ihr den richtigen Vasall für eure Gruppe auswählt. Und zu guter Letzt, warum es so wichtig ist, dass euer Vasall gute Werte hat. Ihr als Erweckter erstellt einen eigenen Hauptvasall. Diesen könnt ihr aufleveln, ausrüsten. Doch das ist nicht alles. Der Vasall, den ihr so detailliert, wie euren eigenen Charakter erstellen könnt, bekommt seine eigene Wesensart. Er wird sich beispielsweise anders verhalten, als ein Vasall, den ihr zuvor getroffen habt. Vielleicht ist der deutlich offener und redseliger. Vielleicht aber auch zurückhaltender. Neben dem Hauptvasall könnt ihr noch zwei weitere Vasallen in eure Gruppe aufnehmen. Diese sind die Hauptvasallen von anderen Spielern oder stammen aus einem riesigen Pool aus von den Entwicklern generierten Vasallen. Ihr habt richtig gehört. Ihr könnt die Hauptvasallen von euren Freunden in eure Gruppe aufnehmen. In Dragons Dogma ist es üblich, dass man sich unter Freunden hier und da von coolen Orten, Tipps und Geschichten erzählt. Dinge, die euer Freund zum Beispiel erlebt hat, hat jedoch auch sein Hauptvasall erlebt und dieser wird euch davon erzählen. Findet euer Freund einen Geheimgang in einer Höhle, so wird sich der Hauptvasall eures Freundes daran erinnern und wenn ihr diesen mitnehmt und an der Stelle vorbeiläuft, kann es sehr gut sein, dass er euch auf den Geheimgang hinweist. Ihr wisst nicht, wo ihr in einer gewissen Quest hin müsst? Seid kurz davor zu googeln? Naja, die Vasallen haben das Gespräch auch mitbekommen. Manchmal können sie euch sogar ganz genau zu dem Ort führen, zu dem ihr müsst. Statt also auf ein ganz minimalistisches Questbuch zu verweisen, sehen die Entwickler es als sinnvoller an, euch in die Welt reinzubringen, indem ihr mit den Vasallen über eure Quest sprechen könnt. Es fühlt sich also viel organischer an, als einfach ein NPC, der euch hinterherläuft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr euch nicht nur zweimal überlegt, ob ihr einen Vasall zum Sterben zurücklasst, nachdem ihr unfeuergesehen von Monstern überfallen worden seid und gerade auf der Flucht seid. Der Rift. Die Vasallen könnt ihr zufällig in der Welt treffen und in eure Gruppe aufnehmen. Am besten funktioniert das jedoch über den sogenannten Rift. Es ist kein Geheimnis, dass Dragon's Dogma in ganz vielen Paralleluniversen spielt. Euer Spielstand und der eures Freundes befinden sich in derselben Welt, jedoch in einem anderen Universum und der Riftstein ermöglicht es den Vasallen das Bereisen dieser verschiedenen Universen. Im Rift seht ihr alle Vasallen und könnt sie genau anschauen, was die einzelnen Vasallen können, wie sie drauf sind und wie sie aussehen. Auch könnt ihr mit Hilfe der Vasallen-ID explizit nach Vasallen von Freunden suchen. Sollten nur noch Vasallen gezeigt werden, die ihr nicht benötigt, könnt ihr diese wegschicken, damit neue angezeigt werden. Aber wie wählt ihr denn nun den richtigen Vasall aus? Natürlich könnt ihr einfach den coolsten Vasall auswählen oder aber den eines Freundes mitnehmen. Es empfiehlt sich jedoch auf gewisse Faktoren zu achten und sich gegebenenfalls mit Freunden abzusprechen. Das Level Zuerst sei gesagt, dass sich Vasallen von eurem Hauptvasall grundlegend darin unterscheiden, dass nur euer Hauptvasall aktiv mit euch mitlevelt. Daher solltet ihr immer mal wieder neue Vasallen mitnehmen, wenn ihr ein paar Level aufgestiegen seid. Die Rolle in der Gruppe Seid ihr zum Beispiel ein Krieger, euer Hauptvasall ein Kämpfer und ihr nehmt dann noch zwei Kämpfer mit, seid ihr im Nahkampf bestens aufgestellt. Sobald jedoch Geister ohne physische Körper oder fliegende Gegner anflattern, schaut ihr ziemlich dumm aus der Wäsche. Daher lohnt es sich vorab, eine ausgewogene Gruppe zu erstellen, indem ihr folgende Aufgaben abdeckt. Der Nahkampf oder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wuchtige Kämpfer, Krieger, alternativ auch die mystische Klinge sind dafür sehr gut geeignet. Wobei ich dazu erwähnen muss, dass die mystische Klinge und auch der magische Bogenschütze nur von dem Erweckten ausgewählt werden kann. Das heißt, wenn ihr diese in eure Gruppenkonstellation mit einplant, bedenkt das, dass ihr diese Rollen einnehmen müsst. Der Dieb ist zwar auch ein Nahkämpfer, allerdings nicht dafür geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da dieser am besten aus dem Hinterhalt heraus angreift. Unterstützung Der Magier ist der Unterstützer. Er hat zwar auch nicht zu unterschätzende Angriffsmagie, ist allerdings auf das Verstärken und Heilen der Gruppe spezialisiert. Der Fernkampf Der Bogenschütze oder magische Bogenschütze ist sehr gut darin fliegende Gegner auszuschalten oder diese zu Boden zu zwingen, sodass der Rest der Gruppe angreifen kann. Nicht selten werdet ihr gegen Gruppen von über 8-10 Gegnern oder einzelnen sehr widerstandsfähigen Gegnern kämpfen. Daher kann es nicht schaden, einen Zauberer für hohen Flächenschaden durch seine Wirbelstürme und Meteoriten oder einen Dieb für extrem hohen Einzelschaden mitzunehmen. Mit einer Gruppe bestehend aus einem Kämpfer, Krieger oder Mystic Spearhand für den Nahkampf, ein Magier für Heilung und Verstärkung, ein Bogenschütze oder magischen Bogenschütze für den Fernkampf und ein Zauberer für hohen Flächenschaden oder Dieb für hohen Einzelschaden seid ihr definitiv gut aufgestellt. Dies ist natürlich nur eine Empfehlung und kann natürlich auch lustig sein mit 4 Zauberern herumzulaufen und den Gegnern mit einer Saive aus Meteoriten und einem 4fachen Wirbelsturm zu entgegnen. Auch als 4 Bogenschützen die Gegner auszuschalten bevor sie überhaupt zu euch kommen. Hier müsst ihr einfach schauen was euch am meisten liegt und auf was ihr am meisten Lust habt. Vasallen haben gewisse Spezialisierungen. Diese reichen von kann eine gewisse Sprache für euch übersetzen bis hin zu steht euch auf Reisen als mobilen Händler zu verkaufen von Dingen zur Seite. Eine gesunde Mischung aus diesen Spezialisierungen macht daher echt viel Sinn. Warum sollte euer Vasall gut sein? Zuerst der offensichtliche Grund, es erleichtert euch das Spiel sehr wenn ihr einen kompetenten Vasall an eurer Seite habt. Viel wichtiger ist aber, dass der Vasall andere Spieler überzeugt, dass er ein gutes Gruppenmitglied darstellt. Denn es gibt eine besondere Währung in Dragons Dogma, die sogenannten Riftkristalle. Mit ihnen könnt ihr wertvolle Items kaufen. Die einfachste Methode Riftkristalle zu bekommen ist, indem euer Vasall in die Welt anderer Spieler gerufen wird. In Dragons Dogma 1 wurde bei jedem Rasten im Gasthaus euer Vasall aktualisiert und neu in den Rift hochgeladen. Dabei wurde ermittelt, wie oft und wie lange der Vasall in andere Welten unterwegs war. Auch wie viele Bosse dort getötet wurden, das war auch ein sehr krasser Faktor dazu. Auf der Basis dieser Werte habt ihr Riftkristalle bekommen. Wenn ihr also mit einem Freund die Vasallen austauscht, achtet darauf, immer mal wieder zu rasten und den aktualisierten Vasall mitzunehmen. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob auch beim Rasten am Lager euer Vasall aktualisiert wird. In einem anderen Video habe ich erklärt, worauf beim Aufleveln zu achten ist, damit ihr gute Werte bekommt. Das verlinke ich euch oben rechts. Damit ihr eure Chancen erhöhen könnt, dass euer Vasall mitgenommen wird, könnt ihr gerne auf meinem Discord in der dafür vorgesehenen Sektion euren Vasall am besten mit einem Bild, Level, Klasse und Fähigkeit vorstellen und die ID posten. Der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Welche Gruppenaufstellung werdet ihr voraussichtlich spielen und werdet ihr euch mit euren Freunden absprechen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und damit bis zum nächsten Stream oder Video. Ciao!